Ein Befehl von Kaiser Augustus. Alle Personen in meinem Reich müssen gezählt werden. Keiner soll sich vor den Steuern an mich drücken können. Die Menschen sollen sich daraufhin in Steuerlisten einschreiben lassen, und zwar in der Heimatstadt ihrer Vorfahren. Josef ist ein Zimmermann in der Stadt Nazareth. Wegen des Befehls muss er nun nach Bethlehem. Mit ihm geht Maria, seine Verlobte. Sie erwartet ein Kind und spürt, dass es bald kommen wird. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Kräte-Gramic Grant bobidei mit GmbH im Auftrag des WDR razie mit GmbH im Auftrag des WDR und in die Pittsburgh-WDR im Auftrag des WDR Die Träusion der Fieser wird er in der Zeit geöffnet. Die Fräulein wurde arrested, die Kontext des WDR die Räumen auf Eliasien. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020